Die Dolomiten, eine Berglandschaft in Südtirol, ein Land voller Vielfalt und Gegensätze, reich an Geschichte und Geschichten. Ein Lebensraum, in dem Traditionen gepflegt und Kulturlandschaften geschaffen werden. Sehnsuchtsort für Künstler, Naturliebhaber und Bergsteiger. Die Dolomiten sind ja bekannt für steile Karre, steile Scharten und die Berge an sich sind oft auch ungangbar im Winter und das steigert diese Faszination. Also der Mythos Dolomiten wird im Winter noch einmal unterstrichen. Die heutige Landschaftsform, die Dolomiten, ist gekennzeichnet durch den morphologischen Gegensatz von sanft geschwungenen Alm- und Talböden und steilen, schroffen Felsarealen. Sie ist das Spiegelbild einer Unterwasserwelt aus einer Zeit vor ca. 240 bis 210 Millionen Jahren. Ihre bizarre Schönheit und schier unendliche Möglichkeiten, diese Berge immer wieder neu zu entdecken, locken Albinisten aus nah und fern an. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. KONIEifa. KONIEifa. Vielen Dank.